Servus, willkommen zu einer neuen gemütlichen Runde, sehr infektiv auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Falls ihr euch wundert, warum das Wohnzimmer so fast fertig ist, die Aufnahme vom Bau des Wohnzimmers, also vom Dach, ist leider kaputt gegangen, deshalb habt ihr jetzt hier die Folge eingestellt darauf. Und ja, viel Spaß mit dem Video, live und im Schnitt. Ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. Ciao und bis zum ersten Ciao in dem Video. So, danke schön. Wir wollen ja auch nach den neuen Werkbahnen gucken, wer lieb wächst. Wo willst du denn hin? Und dann müssen wir noch die Mittelwechselstücke holen und nochmal, zweimal Vollhals. Ähm, vorher rennen wir kurz raus. Und noch, ähm, Moment. Wir proben eben noch für die Werkpunk. Ähm, die Werkpunk. Jo. Jo. Ich glaub nie, gar nicht an einem Mann oder an die Uhr. So. Na ja, so ziemlich. Die Hälfte. Okay. Jo, du mir mal eingefallen. Trink mal was. Boah. Lass mal was trinken. Du gehst kurz ins Gebetsaus. Du gehst kurz ins Gebetsaus. Guck dir ja sogar gut aus. Ich kann schon alle noch gut einfflanzen. Du gehst kurz ins Gebetsaus�로zen oder so. Du gehst kurz ins Baisalie und so. Du gehst kurz ins Foto. Du gehst kurz ins Büstchen. Du gehst im Büstchen. Du gehst kurz ins Büstchen. Also, damit du noch was machen möchtest. Ach was? Du gehst kurz im Büstchen. Das wär cool wär, wie ein Baisalie. Bei Landenstout oder so. Das wär so nützig. Wenn ich auch einen Daffelbau mit Moranzen bauen oder so. Das wär auch cool. Ja, kriegst du, wär noch cool wär, wie ein Balsade-Balance-Totio oder so, das wär so ein bisschen schick. Und ich hätte Äpfel bauen, Moranzen bauen oder so, das wär auch cool. So. Ja. Ja. Und durch. Das ist eine Liga-Gesäte. Das ist eine Liga-Gesäte. Das ist eine Liga-Gesäte, die ich dann in der Gudeach meine Gelegenheit habe. Das ist eine Liga-Gesäte. Halleluja Da können wir Moseriebretter machen, weil wir in der Bank... Wir haben ja genug Bretter, aber wir bringen einen. Wir haben ja noch einen. Vielen Dank. 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 Ja, ja, kriegst du dich auch. Die Mieten musst du dann auch holen, um die Technik zu bauen. Und das ist ein Glas. Und das ist ein Glas, ich werde das noch brauchen. So. 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 See what? So. 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 Gut, schön laufzum. Wie war er denn? Boah, Kiki. Was war er denn, gell? Krass. Gut, sehr, sehr nice. Dann brauchen wir ja keine Holzklöpfe rein. Lass es mal machen. Ich würde dann mal vorschlagen, dass wir jetzt ganz besüllt. Dann die gesetzlichen Brotten Eisen auf die Strache fällen, drauf packen. So. Ich weiß, das sind relativ langweilig für euch, die ich neugierig mitmachen. Ich weiß, aber das muss auch mal sein. Und dann darfst du im Stocke wieder. Oh okay. So. Das war's für heute. So was er denn? Dann haben wir ja auch endlich mal würde es ein bisschen mehr ordnen können. Sagt man, wenn man da die Miluen reinpackt, sind die dann länger haltbar oder halt ewig? Könnt ihr aber in die komische Reinschreiben, die da eurer Fahrer ist. So. Klaas. So. 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 Okay, vielleicht reicht. Kommt, kommt aufhören. Ich lege euch mal vor, dass wir rausgehen. Und ich verstehe, wir sollten mal hierher rum bis zu Affen gehen, dass ich Josef aufsanken kann. So. Wie krass, wie die Serie jetzt gerade vorgelegt, mirk war gar nicht, dass wir so fast am Ende der Folge sind. Und eingelappelt ein Gefühl gehabt, noch gar nichts zu machen zu haben. Oder mein Tier hätte ich euch mal entscheiden lassen. Vielleicht ist er da, weil der Dunkelpfecht, wir sind ja zu Hause. Ja. Ja. Das hat gebracht. Also, das waren halt die meine innschaft. Aber der Dunkelpfecht ist weg. Jetzt müssen wir uns trotzdem sagen, dass wir die Echsen auf die nächste Runde überschieben. Alle beiden Wetter aus dem Leben nicht raus. Dann würde man sagen, bleibt gesund, pass auf und auf. So. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wenn wir die Sache sein bespicken. Also, bis denn. Ciao. 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 Vielen Dank.